Liebe Freunde, das Jahr 2015 neigt sich dem Ende und es war mein erfolgreichstes Jahr überhaupt. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, die mich in meinen Vorhaben unterstützt haben, ganz zuvorderst natürlich bei meinem Crowdfunding-Projekt Computer und Internet für Junggebliebene, aber auch sonst bei allen Vorhaben. Ich bin so dankbar für jede Unterstützung und ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit oder auch Kontakte in 2016. Ich wünsche euch fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch in euer erfolgreiches Jahr 2016. Bleibt gesund und mir gesonnen. Tschüss! Schau an!